WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Da fehlt ein bisschen, so und jetzt der Jalle B-Lan in der Tour. Das ist der Fuhradner-Rena. ... und auf der Rechenbahn mit der Startung der Flahau gleich auf die 3.014. Ja, wie so ist das? Die 3.014 ist das 740. Wie startet mich das? Ja, das startet mich auf der Rechenbahn. 2.5192 für den Mercedes und der M von HBT mit der 2.67. Ja, unser Spanien hier auf der Lechenbahn mit dem 3.014. Der Timo C61S, 740 PS und den BMW M2 kommt zwischen. So, linke Bahn 255, 68 der Spaghetti und rechts eine 249, 30. Rechenbahn 55, 69 der Flahau. Der Timo C61S. Rechenbahn 550, 68 der Spaghetti. Wir haben innerhalb einer Flahau. Wird die Flahau, drei, 1750 PS. Untertitelung des ZDF, 2020